Ich höre Schritte. War ich? Äh ne, im Schweinehaus. In meinem Haus. Ich seh da nen Typ mit blauen Helmen und blauer Rüstung. Schieß! Au, 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 au! Ja, die haben doch hier wieder wahrscheinlich Darkoff-Panisher oder sowas gehabt. Ja, genau. So ein Event. So. Warte. Taschen-Number. Ja. Wurksack? Ja. Merci. Gut Knarre. Nice. Sehr schön. Ich fress uns auf was. Was wir mal einführen könnten, wäre noch so eine Taste für, wo man überprüfen kann, wie die Waffe auf die Auto oder Single ist. Passt doch doch. Echt? Wenn du einfach auf B drückst, ohne was. Dann wechselt der ja immer den Modus. Achso, ne. Du musst, warte mal. Steuerung B. Ne. Alt B. Alt B war es. Ah. Ja. Ja. Ich mach das automatisch, deswegen denke ich da mal gar nicht mehr dran, welche Tastenkombination. Das ist ja cool. Alt B. Das wusste ich nicht. Das macht Sinn. Skaff von rechts. Okay, dann war es ein Skaff wahrscheinlich. Hast du dich gehört, Beutel? Weil du da so sehen ruhig bist. Ich hab nichts gehört. Das hat geprüft. Ah, jetzt hörst du ihn. Alter Arsch doch. Was ist da hinter uns? Ja, ja. Also bei uns war's. Hä? Matze, unterst du das? Ne. Matze, rennst du hier? Ja. Ja, ich knall ins Käff. Alter, der will nicht sterben oder was? Ist er tot? Warte, nicht auf mich schießen. Ja, ja, ich steh dich. Alles gut. Wo ist der Hund hin? Der ist im Haus. Der ist im Haus. Okay, er ist tot. Alter. Der rennt. Matze. Ich? Das wäre eigentlich cool, wenn wir den Typen, der jetzt im Burg war, einfach belagern. Wenn er zu Bridge Extraction raus will, dann erschießen. Ja, das ist fies. Das ist fies, ja. Aber Tarkov ist auch immer fies zu mir. Ja, das ist stur, aber Tings. Aber deswegen müssen wir ja nicht so sein. Genau, wir können leuchten Vorbilder sein. Hm. Wir werden dafür für unseren Heldenruhm, für unser Heldentum, mit dem Tod gesprach. Ja. Tarkov, was machst du da? Man hört nichts, ja? Ich bin recht still. Oder im Bluten. Geh ins Käffis, wisst du? Ich renn mal rein. In welches? Doch, hier liegen. In Tines. Raus aus meiner Hütte. Ich höre Schritte. War ich? Ne, im Schweinehaus. In meinem Haus? Ja. Da rennt einer. Ja, ich sehn. Spieler? Der ist hinten rum. Ich renne hinten rum. Ich pushen. Ich glaube, der ist in das Haus gerannt. Ja. Frag ne Granate rein. Ich komm jetzt hinten rum, ne? Nichts. Ob du ihn zerrissen hast? Ich hab auch nicht gesehen, ob er hingerannt ist. Ob der ins Haus reingerannt ist? Da ist er ins Haus reingerannt. Ach so, okay. Okay. Also ich hab Holz gehört. Ich geh mit dem Penkeller. Gehst du da rein? Rennt jemand von euch? Ja. Ich? Ich bin... Wenn jemand hinten reingeht, geh ich vorne rein. Okay. Wollen wir? Ja, dann müssen wir uns abstimmen. Wenn du soweit bist, zähl mal von drei runter auf eins. Ich bin hinten am LKW, ne? Also... Benji? Drei. Zwei. 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 Los. Ich komm rum. Ja. Ich bin an der Treppe. Das ist da oben oder was? Warte. Ja. Ja, ja. Da ist er. Der ist oben. Ist er tot? Nein. Ich hab ne Granate. Ich schmeiß... Ja. Aber nicht auf mir vorn. Da muss im Arsch sein, eigentlich. Ui, der hat mich geblendet. Sehr nah am Leben. Achtung, er kommt. Ja, ja. Oh, er hat mich. Ich dachte, das wäre der von euch gewesen. Scheiße, wie konnte der die Granaten überleben, Alter? Okay, nächste Granate ist drin. Warte, gib mal. Ich muss mich mal zusammenflicken, Beule. Pass mal auf. Ja, das war doof. Ich dachte, es wäre einer von euch. Ich habe nicht geschossen. Scheiße. Da war völlig das Chaos gerade. Ey, wie konnte der die Granaten überleben, Alter? Das geht doch gar nicht. Wir schmeißen da oben die Granaten rein. Reicht so weit, dass die Treppen runtergeflogen sind? Keine Ahnung. Benji, wo... Ja, er bewegt sich. Guck, der kommt. Ich renne am Fenster vorbei und... Ja. Ich sehe nichts. Bist du drin jetzt? Pass mit der hoch. Ja. Der ist hoch? Ja. Okay, Matze. Pass auf, ich versuche jetzt irgendwie... Äh... Was denn? Ich renne jetzt hinten... Warte mal, hat der hier hinten auch ein Fenster? Nee, hier hat er keins. Ich renne jetzt hinten rum auf die andere Straßenseite. Du bleibst mal schön da unten und wartest, bis der sich irgendwie bewegt. Und ich versuche ihn, am Fenster zu erwischen. Okay. Also ich renne jetzt quasi Richtung Bridge Extraction. Jetzt renne ich rüber über die Straße. Und gehe jetzt in dein Haus, von hinten in den Garten. Und versuche von deinem Haus, den irgendwie am Fenster zu sehen. Matze? Ja? Ja? Wie machen wir's denn, Matze? Soll ich mal Dauerfeuer geben? Oben rein? Ins Fenster rein? Und du rennst hoch? Ja. Ich seh halt nicht wirklich das Fenster irgendwie. Ist doch ein guter Plan. Da ist der abgelenkt und hört vielleicht die Schritte nicht. Mhm. Warte mal, ich seh halt das Fenster nicht. Ich geh mal außen rum. Du brauchst den Halbpunkt Matze nicht abknallen. Naja, ich bin ja unten. Er schießt ja oben rein. Okay. Bist du? Ich hab'n heute. Nee, ich hab'n nicht. Jetzt, jetzt hab' ich'n. Jetzt hab' ich'n. Alles geklärt. Okay, ich hab'n. Ich seh' dich. Ach, was ist das? Ach, leichte Blutung. Gut. Okay, ich geh'n wieder in dein Haus. Mhm. Da lag nämlich auch ne Leiche rum. Okay. Ey. Alter, der hat ne Defender. Was ist'n das? Was kann das, mein Schatz? Nehm' ich mal mit. Level 19. Auf zum Automobil. Hast du das Licht anbeutet bei dir an der Knache? Nö. Sau so aus. Das reflektiert ja wie blöd das. Du müsst' das Licht immer ausmachen, weil dann fläuchte das weiter, wenn du eine blöde Knache hast. Mhm. Ach, du hast bestimmt... Ach doch, du leuchtest aber. Du hast Benjis Waffe, hat Licht an, Alter. Mach das mal aus. Du leuchtest nämlich. Okay. Dann lass' ich nicht wieder von den Scaffs abknallen, Benji. Nee. Genau. Bisschen vorsichtig sein. Ja. Mit der Juden Rüstung. Warte, ich speis dir mal das Zeug hin. Oh ja. Das Dash ist doch hier gleich ab und wo, hä? Okay, mal gucken. Der war da hier unten. Ach so. Nimm erstmal das Ding raus. Deine Weste muss ich da auch noch hinschmeißen. Mhm. Ach, kann ich jetzt gar nicht. Oh, ich bin dein Trottel. Ich hätte dir einfach bloß die Rüstung rausschmeißen sollen. Eigentlich schon. So. Wartest du fertig? Ja. So, dann pack' ich meins. Ah, hier. Ist dabei. Ist schon mal unterwegs. Selbstgesprächig veranlagt. Hey. Danke, Feins. Bitte. Manchmal ist da ein Scaff oben. Ich hab grad deinen Laserpointer gesehen, Alter. Ich hab übelst'n Schreck. Hier war auch schon einer. Sei vorsichtig. Der Tresor ist noch nicht. Der Tresor ist noch nicht. Doch ist gelootet. Okay. Das geht noch. Maximal auf dem Dach. Hier liegt Papier. Nimm mit. Aber ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch so viel wert ist. Ist hier alles irgendwie zurzeit gar nichts mehr wert. Geil. Ich bin in der Besengammer, Alter. Die Schränke, falls sie looten wollen, sind aber alle noch uneingerührt. Okay, ich komm hoch. Die Aktenschränke. Mhm. Ich bleib auf dem Klo. Ich nehm mir den Ehenbeutel und du kannst den Rest. Ich liebe das Geräusch, wenn die Tür zugeht. Und dann rastet sie ein. Draußen wird einer im Karton. Ja, ich seh da nen Typ mit blauen Helmen und blauer Rüstung. Schieß. Au, 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 au. Kam von rechts, also von euch aus dem Ding. Du bist tot? Ja. Du bist tot? Ja. Das heisst von uns aus gesehen links scheiße. Hinter, hinter unserer Hütte, wo wir heimkommen sind. Genau. Warkan, Spieler. Was, Farkartenspieler? Warkan, ein Spieler. Achso. Ich guck welche Moon. Kann ich den Laserpointer irgendwie ausschalten? 556. Ja, mit T. Mit P. Mit T. Ah. M995. Gute Munition, der Sack. 556. Ich hab gesehen wie er weggerannt ist. Ach der ist weggerannt? Naja, weiter rüber jetzt nach links. Er hat Benji erschossen und dann ist er von sich aus gesehen nach rechts rüber und ich hab ihn gesehen wie er nach links gerannt ist. Also er ist jetzt auf der Seite auf der wir reingekommen sind. Er sitzt ja an der Hausecke da hinten. Ah, der weiß wahrscheinlich, dass wir mehrere sind, ne? Denke ich. Lauf mal oben ein bisschen rumbeute, damit er denkt, du bist oben. Und er kann sich unten reinschleichen. Kannst du ein paar Schränke looten, mal wieder auf und zu machen, dass er sich sicher fühlt. Weißt du, dass er denkt, du weißt nicht mehr, dass er da ist oder dass er abgehauen ist. Und fühlst dich halt sicher. Ganz weiter looten in Ruhe. Aber wie leise ich das höre, wenn ich bin da drin und höre die Schränke ganz leise. Ja, da draußen höre ich bestimmt viel, viel besser als ich. Mhm. Aber naja, da hängt in seinem Gebüsch der Idiot. Der wird überhaupt nicht reinkommen wollen. Weißt du ungefähr wo? Ich hab zwei Granaten. Ja, ich weiß wo. Du hast ja die Seite mit den zwei Fenstern. Ja. Ja, doch, wo die Regale sind, wo die Regale dastehen. Die Schränke, die du gerade gelootet hast. Genau. Oh, er schmeißt eine Granate. Er kommt rein. Wahrscheinlich. Er hat mich erwischt mit irgendwas. Keine Ahnung. Hä? Willst du mich verarschen, sag mal? Er hat mich... Melden, oder? Er rennt, verstehst du? Und hier fliegen die Granaten. Wie macht er das? Melden. Hä? Es steht nicht da von wem. Bei mir steht Warkan. Habe ich mich selber getötet? Nee. Ich hab doch die Granate zum Fenster rausgefeuert. Oder willst du mich verarschen? Bei mir steht nur Killed in Action. Er hat mich erwischt mit irgendwas. Keine Ahnung. Er hat mich erwischt mit irgendwas. Keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.